hallo ihr kleine dager zu hause na vermisst ja auch die schule wollte auch etwas lernen dann kommt jetzt mit mir in den online unterricht heute erste stunde die erste die erste stunde die erste schultag nämlich in der wunderschönen schule von baltys basics ja und ja das ist unser schulleiter keine angst ihn kann man nicht mit corona anstecken er ist immun und auch seine schule da ist es also richtig schön friedlich leer und jeder hält abstand und alles aber na wir gucken mal selber rein freut euch schon am besten papier und bleistift eure schulhefte raus ja und am ende der stunde wird nämlich dann eine klassenarbeit geschrieben also dann geht es jetzt los so wir müssen alle sieben notizbücher einsammeln und dann die schule verlassen ja das ist doch nicht so schwer ich sehe gerade ich verdecke mit meinem gesicht hier etwas ich packe mich mal hier runter so ein das ist jetzt unser lehrer der unterricht stören hallo Das ist mein Lieblingsmacht. Jetzt ist es Zeit für alle Lieblingsfavorite. Mal! Answer the three questions correctly and you might get something special. Just type the correct answer Aha! You got it! Problem 2. 4. You're doing fantastic! Great job! That's right! Alright! Wir haben die erste Aufwand gelöst. Komm her und get your prize! A shiny recorder! Just click on it with the left mouse button to pick it up. Then, when you find something you can use it on, right click on the object with the recorder selected. That's how you use items, you know! So! Gehen wir auch noch weiter! Orly! Gehen wir hier weiter! Leute haben gesagt, dass wir zwei Notebooks before you can use these doors! Ach so! Wir können erst rausfinden zwei Notizenbücher. Orly, das ist auch kein Problem! Übrigens, ein klasse Friseur, hast du? Ja! Ja! Geht die Leute an! Das sagt, dass das Spiel große dich mehr! Und die gibt's nicht große dieses! Und die Kraft ist vielleicht noch... Ja! Problem 1! 6! Minus! Great job! That's right! God One! Problem 3! Plus! Times! Equals! Equals! Ähm... 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 7 plus 5 ist 12 Mal 1 ist 12 12 12 Ich werde immer so wütender bei jeder ihrer Aufgabe, die du falsch machst. Die Musik ist weg und es patscht so! Äh... ännisch! Was ist... Was ist... W- 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 Was ist das? W- Hey... W- 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 Äh... Schere! Ich glaube, wir sind durchgefallen. Das ging mir doch besser hin. Ja, ja, blablabla. Welcome to my schoolhouse. Welcome to my schoolhouse. Also. Now it's time for everybody's favorite subject, math. Yeah, answer the good one. Das ist Problem 2. I can't believe it. You are incredible, good one. So, wow, you exist. Toll, du existierst. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Just click on it with the left mouse button to pick it up. Then, when you find something you can use it on, naja, egal. Problem 1. 8 plus 9. Equal good 1. Great job. That's right. Problem 3. 8 plus 9. Auch falsch. Okay. Ähm. Eine Aufgabe falsch und er will uns schon verprügeln. Halt. Nein, wir wollen hier raus. Raus. Raus, raus, raus. Raus. Messinau, raus. Schokolade. Au! Haa, nicht du schon wieder? Will, you mess up! And again you mess up! And again you mess up! One! Will, you mess up! One! Two! Du solltest auch mal zum Fisch hören. Will, you mess up! Wo kam der denn jetzt her? Alle guten Dinge sind drei. 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 Jetzt schaffen wir's. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Kanzlerlehrer. Er bringt uns nichts bei. Er klärt uns nichts. Now it's time for everybody's favorite great job. Wow! But you're doing fantastic! You're doing fantastic! This is actually the question, what's going on with the two boys, the ones that have found us? Dude, it's great! Come here and get your prize! A shiny quarter! Oh! Just click on it with the left mouse button to pick it up. The actual market is the dollar that we buy something you can do that on. Right click on it. Problem one! I ain't got one! Problem two! Good one! Problem three! Das ist das hier. Ja! Und es gibt wieder Stress mit Baldi. Ja, 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 ja. Jetzt geh ich mal in die Richtung. Oh! Da kommt er ja schon! Nein, 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 nein! Jetzt gehen wir mal nach links. Und eine mal nach links. Nach links dann links. Das ist das. GERBEN, SWIM, SWIM, SWIM! Yes! Oh! Bezeichnung. Ist das der Präsident? Nein. Ist er da? Ist er da? Nein! 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 Geh weg! Nein! Was ist das? Was? Was macht Mark Zuckerberg denn da? Ich habe dich verloren. Ich bin nicht so. Ich kann gar nicht verstehen, warum die Leute immer sagen, dass Baldi das was Gruseliges wäre. Das ist doch nicht gruselig. Ich habe überhaupt keine Angst. Hier ist nur niemand wegen Corona wahrscheinlich. Nur Baldi und dieses wässliche Kind. Oder muss ich mich auf der Ebene? Und? Ja! Ist hier ganz, kurzen Sie lieben das Chat. mosch 1 You messed up Let's try again You messed up Let's try again 4 You messed up 1 2 3 Okay Welcome to Bali Basics in Education and Learning That's me Come on Three times There is also the endless mode Collect as many notebooks as you can Let's do that Oh hi Welcome to my schoolhouse Welcome to my schoolhouse Now it's time for everybody's favorite subject My great job That's right Great job That's right I can't believe it You're incredible You did great Come here and get your prize A shiny quarter Door Just click on it with the left mouse button to pick up You need to collect two notebooks before you can use these doors Right click on it With that corner selected Problem 1 5 You're doing fantastic Great job That's right Problem 3 So Ich hab keine Schule mehr We don't need no education Ja 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 Oh Und es fitzt schon wieder Oh Und ich das Blöde Dieses nervende Komische Hypsych Nein 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 Der Meister Oh Er kommt Er kommt Kann ich auch springen? Hast du nichts besser zu tun, Baldi? Du könntest vielleicht auch dieses Hüpfseil hinzuhalten. What's this? Nein! Nein! Hau ab! Ich will nicht von dir gemocht werden. Was ist denn das? Was? Was ist das? Das ist eine große Sop... Oh toll! Tja... Tja liebe Leute... Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning! That's me! Hey! Wenn ihr auch Baldi's Basics spielen wollt, an seinem Online-Unterricht teilnehmen wollt, dann empfehle ich euch dieses tolle Spiel. Ich kann euch gerne den Link in die Beschreibung packen. Aber macht vorher vielleicht Hausaufgaben oder bereitet euch ein bisschen drauf vor, um irgendwelche unleserlichen Zahlen ausrechnen zu können. Wir sehen uns dann wieder auf Planet Barb in dem Spiel Spore oder vielleicht beim Nachsitzen bei Baldi. Also, ich wünsche euch noch was. Danke, dass ihr das Video angeguckt habt. Ihr könnt gerne ein Like da lassen und ein Abo und die Glocke aktivieren, damit ihr keine Folge verpasst, wenn Flavo... Das ist nämlich mein Name... ... sich wieder in den Pelz pinkelt, wenn ihr bei Fan bei Baldi im Mathe unterwegs ist. Bis dann... Tschüss... ... Vielen Dank.